Die Schweiz ist bekannt für ihre wunderschönen Berge. Die ganze Welt kennt Schweizer Schoggi und liebt sie über alles. Mit Freunden isst jeder gerne mal ein Fondue. Und wenn man Glück hat, bekommt man von einer Kuh einen Kuss. Im Kanton Basel-Land füllt das Familienunternehmen Mineralquellen Ebtige AG schon über 110 Jahre Ebtige Mineralwasser ab. Zwei Freunde, ein Koch und ein Zöllner, haben 1899 Ebtige Mineralwasser entdeckt. Um die Gärvorkehrssplüte auf der sonnigen Birchhöfe liegt unsere Quelle in 417 Meter Tiefe. Geschützt vor jeglichen Umwelteinfluss wird das Wasser sorgfältig gefasst. Für die Gastronomie haben wir eine besondere Überraschung bereit. Unsere neue Glaswäsche speziell für sie entwickelt. Lassen Sie sich von unserem Produkt überzeugen und setzen auch Sie sich für nachhaltige Schweizer Werte ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017